Alter, natürlich haben wir den Stutz überlebt, das war ja so klar irgendwie. Alter, lassen wir gerade alles so tot, also wir. Highway to hell, holy fuck, sieht's hier abgefuckt aus, oh man, tja, das ist halt eher ein Hornbombe, wa, kann ich mal runter hier von dem Flugzeug, bitte da, au, danke schön. Wo lang soll ich überhaupt kriechen, damit kann ich mal aufstehen, also ich kann ja aufstehen, er sagt das doch gleich. Scheiße. Piloten, alter, ich brauch mal meine Waffe mehr zu verteidigen, dann habe ich irgendwas. Teddybär, ernsthaft. Scheiße. Oh mein Gott, ja bist du bescheuert. Junge, brauchst du Hilfe, soll ich dir irgendwie helfen, ich hab keine Ahnung. Oh. 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 Er ist ein Feigling, Captain Price. Alazad wird er sich niemals als Opfer. Es wird ein Versteck in Aserbaidschan, das Alazad benutzt hat. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Verstanden, Nikolai. Wir fahren in Aserbaidschan. Jawohl, Sir. Soll schön dort um diese Jahreszeit sein. Aserbaidschan, aha. Nordaserbaidschan. Da ist noch mal raus, Mann. Na los. Da gab es die Kallet Alazad, okay. Die Ultranationalisten beschützen ihn. Hm. Perfekt. Bewegung. Alles klar. Ich würde gerne kurz in die Tankstelle reinschauen, wenn das möglich wäre. Denn hier ist sicher irgendwo was zum Einfahren, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das sind die Ultranationalisten. Sie töten die Dorfbewohner. Aber nicht mehr lange. Jetzt gar nichts, lol. Äh, Jungs, wo seid ihr hin? Ah. Ich glaube, das ist eine Stealth-Mission. Weil wir haben auch einen Schalter. Was haben wir? Eine Zweitwaffe? Eine Schrotze? Really? Und auch was cheated. Ich will mal einmal Schleichen-mäßig machen, Mann. Sehr klar. Die Tüte ist nicht für Schleichen gedacht, wa? Ciao. Ciao. Hehehehe. So nicht. Mein guter alter Kumpel. Ich weiß nicht, ob ich... Holy fuck. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Köter. Natürlichen Köter. Ist das sowieso, klar. Ich hasse. Ich hasse Hunde ins Spiel. Fuck. Oh fuck, 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 fuck. Das hier. Da oben im Fenster ist auch einer. Könnte man den jemanden töten? Oder flankieren? Wie wäre die Idee? Alter, scheiße. Warte mal. Warte mal. Zweck mich nicht. Warte mal. Ich kassiere hier Kanzler. Die Seiten des... Boah, ey. Ob sie in die Luft zu schützen, aber wohin überhaupt? Das Haus? Warte mal. Wie geht das? So. Rein, 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 rein. Da geht's runter? Haben wir dann hier schönes? Gibt's hier noch? Wenn? Aha. Ja, hat... Ho... Ich hab den Überblick verloren, aber total Orientierung verloren. Ich hab sie irgendwie flankiert, ich weiß nicht mehr wie... Wo bin ich denn? Ah, hier bin ich jetzt. Jetzt bist du wahnsinnig. Okay, aber ich bin richtig. Okay. Ich glaub, das sieht gut aus. Warte mal. Feuer einstellen, ich geh rein. Ich geh rein! Shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stierpalt! Wir werden eine Weile nicht verfügbar sein. Wir werden eine Weile nicht verfügbar sein. Okay, die tanken es erstmal. Von mir aus. Gebäude gesichert. Los, weiter zum nächsten. Safe. Wer entspielen wir überhaupt gar so, oder? Ne, den anderen, oder? Ich hab den Namen vergessen. Komm schon. Shit. Alles klar. Shit, shit. Ne, Pride spielen. Holy motherfucker. Oh mein Gott, Jungs. Gib mir den Gau... Oh Gott. Oh. Shit. Die machen aber auch keine Gefangenen, die Wichser. Fuck. Ja, Raketenwerfer, ich fass es nicht. Aber da ist auch ein Raketenwerfer drin. Nee. Nee, nee, nee. Raketenwerfer nämlich jetzt nicht. Obwohl, ihr könnt in die Hütte reinschießen hier komplett. Oh shit. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja, ich hab's gesehen. Er lebt noch. Der lebt noch. Warte mal. Hier hoch. Hier hoch. Die Idee. Ist der unser Panzer? Ich hoffe mal ja. Was sonst haben wir ein Problem? Stirb. Lass mich rein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Die Idee war gut. Nur nachladen war scheiße. Ist bloß. Oh mein Gott, really? Ah. Okay. Okay. Aber so der Plan war nice. Ja, gib mir eine Kette ins Gesicht. Komm, bitte. Junge, stirb doch. Mann, ey. So. Weg raus. Komm, nochmal raus. Und halleluja. Verdammt, die Treffen. Gut, ey. Ich hab kein... Ich würde echt gerne wissen, ob das unser Panzer ist. Aber ich glaube, nein. Wo ist diese scheiß... Wo waren diese scheiß Treppe jetzt? Da. Fuck, 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 fuck. Ähm. Alter, verdammt. Das ist nicht unser Panzer. Nein. So weit von nicht. Schuss. Da. Jawoll, ja. Get the fuck out of here, you bams. Yes. Ich hab's mir vorher schon gedacht, dass ich irgendwas gesehen hab am Panzer. Was ich machen kann. Wann... Oh, bitte. Das ist doch klar. Okay. Panzer ist down. 1C4 reicht, witzigweißig für den Panzer. Das ist auch geil. Mir soll das Recht sein. Von hinten. Ich hab mir ne gute Idee. Wart war hier. Wie war da was? Ne, keine Ahnung. Ja, ich hab's verstanden, dass ihr hier drin seid. Ah, Spacken. Piss dich. Du piss dich auch. So, wie schaut's aus? Kann ich hier irgendwo rein, hinten? Irgendwer schießt die ganze Zeit auf mich. Aha. Mhm. Warte mal, nachladen. Go. Holy fuck you. Komm, 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 komm. Okay. Gebäude gesichert. Überprüfen wir die anderen. Komm, ich hab's sicher. Da hat er... Er steht in der Granate. Er juckt ihn nicht. Das ist typisch Price, wa? Okay, wir sind es auf. Da hat sich keiner versteckt. Das wundern wir ein bisschen. Das ist gar nichts. Warum kann man hier hoch? Ich weiß, hier ist vielleicht so ein Sammlabjekt. Es gibt irgendwas. Ich hab's vergessen. Wasser, aber... Gibt's ja. Okay, Jungs. Äh... Wohin? Wo war... Vielleicht schau ich mal auf die Karte schon. Äh, auf das... Äh, Navi. Da rü... Hä? Wie ist... Da hin? Da sind wir gekommen. Da hin. Aha. Anscheinend doch da hin, weil da sind Feinde. Da waren wir noch nicht. Ich seh's. Ich hab... Call of Duty ist keine Open World, man merkt's. Go, 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 go. Okay. Jetzt können wir mich mal am Arsch lecken, ihr Wichser. Jetzt können wir mich mal am Arsch lecken. Aber sowas von. Jawoll. Nachladen. Fuck you. da war der war schön müsste mit der ausräuchern was macht ein gäster verpiste ich ich hab die gesehen mann wo ist er nicht shit sorry sorry was machst du hier mann schieß ihn doch ab vor der nase das ist nie ab oh mein gott da hinten sniper mäßig ist noch irgendwo was irgendwer irgendwas irgendwo irgendwie ja ich sehe es what the fuck oh my god wo denn da drin nicht da draußen da hinten in dem anderen haus wusstest du ja ja really so der assoziale scheiße verpiste ich sehr gut feiglinge wo sind die wichser auto im ist bester da wo ist dieses hinter dem haus dahinten ich seh halt keine kein schwein betrifft nie was warum ist der baum im weg sein mann ja jetzt haben wir aber hier die arschkarte verdammt okay aua willkommen da halleluja willkommen da jawoll höll ich stier was ist hier was ist hier bitte gesehen ich schieße ich habe immer geschossen geschieht was es wird immer geschossen das herrlich warum zwei schüsse noch so aus alles klar gibt mir die wieder war das meine das war doch das war meine ich glaube da kann man unendlich viel ich muss mal ich nun mal runter hier das muss anders warum sind hier zwei markierungen wofür stehen die das würde ich mal gern und der sauhund abgang agua sowieso nicht möglich müssten die müsste doch nur haus alles geht es nicht müsste dem verschießer ein haus viel Mutter zum drauf gehen altermann toys jawohl 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 ich sehe dich ein junger wie sie in seinem haus gibt sie gar nicht jetzt kommt schon es ist ein bisschen ruhiger aus wie kommen wir am besten hinten ja 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 jetzt hat leck mich tschüss doch das sieht gut aus bad badet hier duschtür ist ist kugelsicher ok wo ist noch wer ich denke nicht hier hier ist irgendwas hier müssen wir uns ach du scheiße mein gott hier ist ja wohl okay hier ist auch keine spür von dem wichser alles klar dann hier weiter okay ist das eine bar anscheinend schon okay gut dann raus und dann weiter hier oder ich denke ja haben wir da schon auch nachsicht nein das war ich nicht da waren wir noch nicht soll ich gleich hier irgendwie hubschrauber rein holzen naja jungs wo seid ihr ich gehe nicht alleine vor können wir knicken aber ich gehe gerade alleine vor super jungs ja fisch aha 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 ich merke das schon aber helikopter ist auf dem weg wir schauen uns drum Ende wechsle das magatzin schieß doch okay die markierung bringt sich echt gar nichts merke ich gerade komm 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 oh jetzt kommt er oh shit lecker ja hallo ja ja ciao okay ja es hat doch was gebracht ja ja not that okay es reicht passt schon der boden ist down und die leute die meiste sind auch down so danke heli wir haben es danke heli wir haben es hm kann ich mich hier rum ne kann ich nicht geil okay 2.5 hier wir müssen auftanken und uns neu bewaffnen wir werden eine weile nicht verfügbar sein passt schon bei euch eh nicht so was ist hier ok ok alles klar ist er das? warum hast du das gemacht? woher war die Bombe? wer sonst wer ich will einen Namen einen Namen ich will seinen Namen einen Namen hä? das ist gar nicht so glädend Imran Sakhaev ich war damals nur ein Lieutenant hab die Drecksarbeit gemacht Chernobyl Weihnachten für die Bösen selbst zehn Jahre danach kommen sie hier noch an atomares Material und zwar viel inkluden natürlich konnten wir das nicht zulassen Geld für Verbrauch der Brennstäbe klingt nach einem Vernichtungsrezept das war das erste Mal dass unsere Regierung seit dem zweiten Weltkrieg einen Exekutionsauftrag erteilte ich stand unter dem Kommando von Captain McMillan auf einmal ich habe mich vor auf einmal die